Ich muss jetzt zum dritten Mal etwas sagen, es ist ein Fotoapparat hier liegen geblieben. Wenn der jetzt dieses Mal nicht abgeholt wird, dann wird er, ich weiß noch nicht genau, wo verschwinden, aber... Bitte hier vorne abholen. Wer ein Fotoapparat vermisst, dann noch etwas Interessantes. Nicht nur wir hier in Stuttgart kämpfen und demonstrieren. Wir kennen das ja schon von der Parole, Stuttgart 21 ist überall. Und ich meine heute speziell Frankfurt. In Frankfurt findet heute bereits die 70. Montagsdemo im Flughafen statt. Herzliche Grüße! Und wieder auf Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt. Das ist heute auch deswegen etwas Besonderes, weil die Frankfurter zwei von uns eingeladen haben. Hans Heidemann von den Ingenieuren und Matthias von Herrmann werden heute dort ihre solidarischen Wünsche überbringen und von Stuttgart 21 und von unserem Kampf gegen das MoS-Projekt berichten. Also, noch mal ein herzlicher Beitrag für unsere Leute in Frankfurt. So, jetzt spielen noch mal für uns Stefanie und Christoph Haas und man darf dazu natürlich auch tanzen, weil diese Röpfung gehen ja ein bisschen in die Beine, oder? Ja. Ja. Ja.